Achtung! Die Entländer sind hier! Don't shoot! Please! Nicht schießen! Wir have wounded here! Toll, Töthel! Zum Teufel mit dir! Geh zur Hölle! Wir sehen uns in der Hölle, Bastard! Ich bring dich um! Zweite Kompanie! Umkreisen Sie die linke Flanke! Erster Trupp! Mörser hier aufstellen! Erster Zug! Vorwärts! Alle Männer auf Position! Vorwärts! Braucht ihr Deckung! Leutnant, stoßen Sie mit dem Rest des zweiten Zugs durch die Obstgarten nach Süden vor! Feuer frei! Los, los, los! Ausschwärmen! Feldwebel, nehmen Sie drei Männer zum Flankieren! Ich gebe Feuerschutz! Sagen Sie dem Bataillon, wir greifen an! Schicken Sie Verstärkung! Sie da und Sie in Deckung! Sie drei links flankieren! Gehen Sie die südliche Straße rauf und bringen Sie das Halbkettenfahrzeug rein! Jetzt! Los, jetzt! Für das Vaterland! Los, nicht rumtrünnen! Sollen Sie für unsere gefallenen Freunde bezahlen! Leutnant, nehmen Sie den Hügel ein! Was es auch kostet! Rauf nach oben! Räumen Sie den Bunker! Der Bunker ist entscheidend für Ihre Verteidigung! Nehmen Sie ihn ein! Dann siegen wir! Nach rechts umkreisen! Nach rechts! Masserteam! Auf der anderen Straßenseite in Stellung gehen! Maschine-Gewehr! Feuer öffnen! Die Arme ist verlierend in südlichen Hügel! Von dort kommt weniger Beschuss! Das müssen wir jetzt ausnutzen, bevor sie die Lücke schließen! Tötet die Amerikaner! Die Verletzten liegen lassen! Die Mission geht vor! Stirb, du wertlose Schwein! Du sollst dafür bezahlen, was ihr mit dem Ralf gemacht habt! Weiter vorstoßen! Bloß nicht nahen lassen! Deine Mutter ist eine alte Schlampe, du dummes Schwein! Glaubst du, du fällst hierher, wenn du tot bist? Sanitäter! Hilfe! Sorry! Sanitäter! Feindliches Flugzeug! Rückzug! Vorsicht vor den Flugzeugen! Nehmen Sie die Bäume als Deckung! Feindwebel! Wir müssen uns zurückziehen! Wir haben zu viele Männer verloren! Es ist hoffnungslos! Rückzug! Ich brauche mehr Männer für dieses Vorhaben! Wir müssen den Hügel rauf! Munition! Ich brauche was zum Feuern! Gehen Sie links herum! Gehen Sie in den Krater in Deckung! Sie vier bleiben mit dem 80mm Mörser hier und zielen auf die Gräben! Sie beide MG bereit machen und feuern sich flach über deren Stellungen! Der Rest kommt nicht mehr! Erste und dritte Kompanie! Hier bleiben! Verschaffen Sie sich Feuerhoheit! Die rechte Flanke rauf! Gewehrschützen in die rechte Flanke! Da oben können nicht mehr viele sein! Die meisten hat die Artillerie erledigt! Sperrfeuer! Die müssen schön geduckt bleiben! Nehmen Sie die rechte Flanke! Das MG-Nest zerstören! Sie! Werfen Sie die Granate da rein! Was zum Teufel ist hier los? Wer befehle ich diese Einheit? Die Amerikaner sind abgeschnitten! Angriff! Angriff! Bringen Sie Ihre Männer in die Gräben! Weiterfeuern! Nicht nachlassen! Nicht verstecken! Bewegung! Zeltwebel! Schaffen Sie die Männer auf den Hügel! Ich will, dass sie sofort da rauf gehen! Ah! Ah! Nein! Ah! Amerikanische Flugzeuge! Wo zum Teufel sind unsere? Diese verdammten Fliegerjungs! Wo sind sie, wenn man sie braucht? Die Alliierten haben Luftunterstützung! Entdeckung! Den Hügel runter! Schnell! Mörser! Immer weiter vorun! Angriff! Vorwärts! Mir nach! Rauf auf den nördlichen Hügel! Finden Sie das Mörser-Team! Los! Bunker! Rufen Sie den Kommandanten des 2. Panzerbataillons! Ich will hier sofort Panter sehen! Rauchwolken beibehalten! Schnell in Position, bevor Sie sich auflösen! Nicht im Schlamm stecken bleiben! Vorsicht vor den Minenfeldern! Hoppmann! Führen Sie Ihren Zug um den östlichen Grat! Ich brauche den Status der Halbkettenfahrzeuge im Nordwesten! 2. Kompanie! Ausschwärmen! Halten Sie sie unten! Linke Flanke angreifen! Vergessen Sie das Anschleichen! Greifen Sie direkt von vorne an! Benutzen Sie den Panzer als Feuerbasis! Mehr Sperrfeuer gegen den Bunker! Ein Trupp soll links rauf und sie mit Granaten raustreiben! Der Bunker tötet uns, Leutnant! Wir müssen ihn flankieren! Keine Gefangenen, das ist zu gefährlich! Das bringt höchstens einen Schuss in den Rücken! Stürmt den Bunker! Beheilung! Ah, Mutter! Mutter! Ah! 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 Ich brauche einen Sanitäter! Bitte! Rückzug! Den Högel runter! Los jetzt! Erste Kompanie! Hier können wir nicht bleiben! Dritter Zug! Am Startpunkt neu gruppieren! Leutnant! Schicken Sie die Karkenträger mit den Verletzten zurück! Hier können wir nicht bleiben! Los! 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 Bunker B ist da drüben! Bunker A ist rechts! Trupp 2 ist direkt voraus! Bunker! Finden Sie raus, wann die Fallschirmjäger einsatzbereit sind! Mörserteam! Ich will mehr Rauch auf Feuerpunkt 7 sehen! Raus aus dem LKW und dann vorwärts! Ausschwärmen! Ausschwärmen! Finden Sie den Leutnant! Sagen Sie ihm, ich will die Panzer sofort hier oben haben! Vorsicht vor den Scharfschützen! Angriffstruppen! Munition sparen! Sollen die MG Sie festnageln? Gehen Sie näher ran, bevor Sie schießen! Gewehr schützen! Achten Sie auf Umrisse auf den Hügeln! Zuerst die Offiziere töten! Und gehen Sie der Infanteriedeckung! Beidseitig flankieren! Und immer Granaten werfen! Schießt Ihnen in die Eingeweide! Das tut mir weh! Ich glaube, heute gewinnen wir Männer! Wir haben sie erledigt! Es sind kaum noch welche von Ihnen übrig! Wir haben auf diesem Hügel eine Menge Leute verloren! Keine Gnade! Sollen Sie alle sterben? Sie haben's verdient! Ist mir egal, wenn Ihnen die Leute fehlen, um den Bunker einzunehmen! Tun Sie, was wir mit den übrigen Männern tun können! Hör auf auf den Hügel und es geht vor das Kriegsgericht! Los! Wasser! Ah! Wasser! Bitte! Oh nein, ich sterbe! Ah! Ich sterbe! Wir müssen uns zurückziehen! Wir können hier nicht bleiben! Bitte lassen Sie mich nicht zurück! Bitte nicht! Nein! Sunny! Ah! Ah! Meine Eingeweidequellen raus! Ah! Ah! Ich kann meine Beine nicht spüren! Oh Gott! Ich spüre sie nicht! Hilf mir jemand! Ich brauche den Status der Halbkettenfahrzeuge im Nordwesten! Keine Gefangenen, das ist zu gefährlich! Das bringt höchstens einen Schuss in den Rücken! Leutnant, schicken Sie die Krankenträger mit den Verletzten zurück! Hier können wir nicht bleiben! Feldwebel, bringen Sie Ihre Männer zum Flankieren über die Felder nach Westen! Nehmen Sie das Gebäude ein und stellen Sie ein Maschinengewehr am Fenster auf! Was zum Teufel ist hier los? Wer befiehlt diese Einheit? Bunker, finden Sie raus, wann die Fallschirmjäger einsatzbereit sind! Finden Sie den Leutnant! Sagen Sie ihm, ich will die Panzer sofort hier oben haben! Bring den Tisch her! Blockier die Tür! Zweiter Zug! Stürmen Sie die Brücke und drängen Sie die Amerikaner zurück! Gefreiter! Sperrfeuer gegen die Brücke! Geben Sie uns auf den Felddeckung! Sehen Sie die Panzerwerfer drüber bei dem Gebäude? Rufen Sie das Mörser-Team! Die sollen die Straße vernebeln, damit wir rüber können! Nur so schaffen wir es, am Leben zu bleiben! Feldwebel! Stellen Sie den 80mm-Mörser auf! Rechts rüber! Über das Feld und räumen Sie das Gebäude da rechts! Bring mir einer mehr Mörser-Munition! Leutnant! Nehmen Sie die Hälfte des ersten Zugs hinter die Hecken nach Osten mit! Stellen Sie an den Bäumen eine Mg auf und feuern Sie auf die Amis an der Brücke! Bringen Sie das Halbkettenfahrzeug die Straße rauf und stoßen Sie zur nördlichen Kreuzung vor! Geben Sie auf Scharfschützen in Gebäuden acht! Sperrfeuer auf die Fenster und flachen Mauer richten! Beeilung! Zack, zack! Trupp 2! Folgen Sie dem Flussbett und bleiben Sie in Deckung! Setzen Sie Handgranaten ein, sobald Sie in Reichweite der Brücke kommen! Warten Sie dann auf Trupp 3 mit der MG! Bleiben Sie dicht bei der rechten Hecke! Lenkt jemand diesen Panzer ab! Er soll den Silo dort sprengen! Feldwebe! Bringen Sie Ihre Männer zum Flankieren über die Felder nach Westen! Nehmen Sie das Gebäude ein und stellen Sie ein Maschinengewehr am Fenster auf! Scharfschütze im Silo! Zielen Sie mit dem Mörser drauf! Zielen Sie mit dem Mörser drauf!